Liebe Schwestern und Brüder in Christus, An Karfreitag sind tiefe theologische Botschaften verborgen. Nicht alle davon verstehen wir, ich auch nicht. Aber was ich verstehe ist, dass es eine besondere Nähe zwischen Gott und mir gibt, in den Wunden meines Lebens. Zwischen Gott und dieser Welt, in den Wunden dieser Welt. Und in der Liturgie lesen wir für diesen Sonntag, Heiliger Herr Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, barmherziger Heiland, du ewiger Gott, lass uns nicht verzagen vor der tiefen Hölle Glut, Kyrie Eleison. Es ist ein Tag, an dem wir mit Gott zusammen weinen und flüstern, erbarme dich. Wie wenn wir mit Gott niedlichen sind, Untertitelung des ZDF, 2020